Der Fortek Bayou ist seit langem ein beliebter Ort für das Weltsangeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Als Folge von industrieller Verschmutzung und Abwasser wurde der Dead Horse Lake 1996 als Superfund-Standort ausgewiesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Der einsame Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle. 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 Das war's. Der einsame Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle. Der einsame Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle. Das war's. Der einsame Jägerl. Ja! O een! Haie sind nur für drei Prozent der Todesfälle unter Jägern verantwortlich. Drogen, Alkohol und unsachgemäßer Umgang mit Schusswaffen machen den Rest aus. Der Hai erweist sich als ungewiss und witzig wie tödlich. Drogen, Alkohol! Drogen, Alkohol! Drogen, Alkohol! Stay! She's close. She's really close. What are you doing now? Help! Help! Let's go! Get out of here! Woah! Woah! Come on, turn it over! Let's go! You're awesome! Fuck! Hei gegen Delfin. Orca gegen Riesentintenfisch. Boot gegen Pfeiler. Wenn es um Überlegenheit geht, ist der Wettbewerb meist tödlich und hat als Hauptgewinn das Überleben. Anybody else see that? Hey! Shark! Get your ass out of here!